In diesem Video soll es uns jetzt um das Umwandeln von den Funktionsvorschriften gehen. Und zwar habt ihr jetzt kennengelernt, wir haben irgendwie diese Scheitelform und die können wir natürlich auch in eine andere Form umwandeln. Und zwar diese hier nach dem hier. Da haben wir dann nur noch drei andere Buchstaben davor stehen, also ax² plus bx plus c. Was dabei passiert ist, wir multiplizieren die Klammer aus. Das kann unter Umständen in manchen Fällen praktischer sein, manchmal liegt es aber auch in der Form vor und wir müssen dann auch damit klarkommen. Deshalb, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie kommen wir jetzt von dem ersten, also von der Scheitelform, zu dem zweiten, das nennt man Polynom und andersherum. Also beginnen wir mit dieser Variante. Dafür habe ich hier ein Beispiel für euch. Das sieht so aus. Also einfach eine Scheitelform. Ihr könntet jetzt an diesem Beispiel ganz einfach den Scheitel ablesen. Und zwar wäre hier die 1 und hier die 3. Also ist der Scheitel bei 1,3. Das ist jetzt aber erstmal nicht so wichtig. Das ist einfach nur die Eigenschaft von dieser Art und Weise der Darstellung. Ich kann das aber auch anders aufschreiben. Dafür ist wichtig, dass ihr euch daran erinnert, wie die binomischen Formeln gehen. Das heißt, wenn ihr die nicht mehr im Kopf habt, noch mal bitte nachschauen. Wir haben hier die zweite binomische Formel. Wir haben zwischen dem x und dem 1 steht eine Minus. Dementsprechend ist a minus b im Quadrat, a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Das lösen wir entsprechend auf. Dann steht hier x Quadrat minus 2x plus 1, Klammer zu, plus 3. Das Ganze könnt ihr jetzt natürlich ausmultiplizieren. Also haben wir hier 2x Quadrat minus 4x, weil wir rechnen ja 2 mal minus 2x und dann am Schluss die plus 2 und die plus 3 steht noch am Ende. Und dann haben wir natürlich, wenn wir das noch weiter vereinfachen, am Ende diese Art der Funktionsvorschrift hier stehen. Das Ganze können wir jetzt natürlich noch uns farbig mal anschauen. Also wir haben hier oben ja dieses a, das entspräche dann hier unten der 2. Wir haben das b, das wäre hier die minus 4, weil hier oben steht ja ein Plus, also wenn das b negativ ist, dann wird sich das da unten fortsetzen. Und dann haben wir hier hinten das c, das wäre dann die 5. Und damit haben wir das umgewandelt von der Scheitelform in ein Polynom. Also ist eigentlich ganz einfach, ihr braucht nur eure ganz normalen Rechentechniken dafür. Im nächsten Schritt soll es uns jetzt darum gehen, diesen Weg anders herum zu machen, weil von der Scheitelform, da können wir ja doch ganz schön viel schon ablesen, was sehr praktisch für uns ist. Und bei dem Polynom geht es nur bedingt. Das heißt, ganz oft wird es für euch so sein, dass wenn ihr die Funktion in dieser Weise vorliegen habt, es praktischer ist, sie in diese hier umzuwandeln. Wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Es gibt zwei Wege dafür. Der eine Weg, der ist geometrisch anschaulich und da werdet ihr sicherlich auch gut sehen, wie das funktioniert. Und der zweite Weg, der ist rechnerisch, unter Umständen aber dann ein bisschen kürzer. Ich stelle euch jetzt beide mal vor. Aktuell im Schulbuch ist es so, dass die erste Variante, also die geometrische Variante vorgestellt wird. Früher wurde auch die zweite, die sogenannte quadratische Ergänzung gemacht. Schaut euch einfach mal beide an. Schlussendlich, welches Werkzeug ihr verwendet, sollte egal sein. Die erste Version müsst ihr aber auf jeden Fall können. Beginnen wir mit dem geometrischen Weg. Dafür habe ich auch hier ein Beispiel genommen. Das ist jetzt zufälligerweise gerade das Beispiel vom ersten Schritt, damit ihr auch checken könnt, dass wir wieder am gleichen Ergebnis rauskommen. Als allererstes, wenn wir uns mit irgendwas beschäftigen, ist es immer hilfreich, eine Skizze zu machen. Also habe ich hier mal ein Koordinatensystem vorbereitet und ungefähr so sieht dann der Graph von dieser Funktion her aus. Ich markiere das jetzt gerade mal, dass ihr wisst, okay, das Lillane hier, das entspricht dieser Funktionsvorschrift. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das Ganze umformen? Dazu verwende ich einen Trick. Und zwar sage ich, ich verschiebe das um diese 5, die ich da am Ende habe, nach unten. Dann sieht das so aus. Und das heißt, ich rechne eigentlich nur minus 5 am Ende, um die wegzukriegen, weil dann sieht das Ganze ein bisschen einfacher aus. Und dann halte ich am Schluss y ist gleich 2x hoch 2 minus 4x. Und die 5, wenn ich die abziehe, dann verschiebe ich natürlich den Graphen gerade von oben nach unten. Das ist das, was jetzt in diesem pinken Bild passiert. Dementsprechend können wir natürlich diesen Pfeil hier auch in pink markieren. Also pink ist das untere, lila ist das obere. Jetzt schön und gut, was bringt mir das? Und zwar, ihr wisst ja, dass die Parabel alles symmetrisch ist. Und die Scheitelform ist ja sehr, sehr stark von dem Scheitel abhängig. Surprise! Dementsprechend ist jetzt unser Ziel rauszufinden, wo liegt eigentlich dieser Scheitel von meiner Funktion. Und dadurch, dass das Ganze symmetrisch ist, weiß ich, dass wenn mein Graph Nullstellen hat, dass natürlich zwischen diesen Nullstellen genau in der Mitte wird der Scheitel liegen. Also wenn wir uns das jetzt mal anschauen, bei unserem lilanen Graphen beispielsweise hätten wir jetzt gar keine Nullstellen gehabt. Das heißt, dieser Trick funktioniert nicht. Also verschieben wir den Graphen durch diese Verschiebung nach unten, sodass er auf jeden Fall eine Nullstelle hat. Und an diesem pinken Graphen können wir uns das mal anschauen. Das heißt, das sind diese zwei gelben Kreise, die ich jetzt da in einem Graphen markiert habe. Das sind die beiden Nullstellen. Und ihr wisst, wie man die ausrechnen kann in dem Fall. Wir haben da die Möglichkeit auszuklammern und den Satz vom Nullprodukt anzuwenden. Das ist das, was jetzt im gelben Teil passiert. Das haben wir schon zur Genüge geübt. Das heißt, wenn ihr euch das in Ruhe anschauen wollt, drückt einfach auf Pause. Ansonsten könnt ihr die Nullstellen ausrechnen für x1 ist 0 und x2 ist 2. Und das gleiche seht ihr natürlich auch im Bild. Das heißt, das Ergebnis stimmt. Jetzt seht ihr natürlich, dass der Scheitel sowohl von meinem oberen, also sowohl von einem lilan als auch von dem pinken genau in der Mitte liegt von diesen beiden Nullstellen. Ich mache euch dafür hier mal die grüne Linie. Da seht ihr das. Und da könnt ihr natürlich auch dieses x von diesem Scheitel ablesen. Einmal im Graph. Das wäre die 1. Oder was ihr auch machen könnt an dieser Stelle. Ihr könnt euch anschauen. Ihr habt hier 0 und hier habt ihr die 2. Und die Mitte von beiden Zahlen ist ja gerade 1. Rechnerisch würde das bedeuten, ihr addiert beide Zahlen zusammen, also 0 plus 2 und teilt das Ganze durch 2. Das wäre dann 1. Würde ihr zum Beispiel Zahlen haben 1 und 4, dann würdet ihr 1 plus 4 rechnen. Das wäre 5 geteilt durch 2, weil die Hälfte der Strecke. Dann kommt ihr bei 2,5 raus und ihr wüsstet, dort wäre am Ende der Scheitel. Jetzt haben wir die Information, wo ist der x-Wert von meinem Scheitel. Ihr seht jetzt, das ist sowohl bei dem pinken Graphen so, als auch bei dem lilanen. Schlussendlich, unser Ausgangs Graph ist aber der lilanen und ich will ja den Scheitel für den lilanen haben, damit ich auch die Scheitelform für die Funktionsvorschrift verwenden kann. Also gehe ich jetzt hin und sage, okay, ich nehme jetzt dieses x, was ich jetzt herausgefunden habe und setze das natürlich auch in die Funktionsvorschrift von einem lilanen ein, weil da will ich ja nachher wieder hin. Also überall, wo jetzt ein x steht, die 1 einsetzen. Das wäre dann die Rechnung hier am Rand und ihr bekommt als y-Koordinate die 3 raus. Wenn ihr euch das mal anschaut in eurem Graphen, dann seht ihr auch, dass das richtig ist. Hier nochmal fett markiert und den Scheitel könnt ihr natürlich dann auch aufschreiben mit den Koordinaten 1 3. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt wieder von meinem Scheitel zu meiner Scheitelform? Ihr wisst ja, das D und das E, das könnt ihr direkt aus dem Scheitel ablesen. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir das A her? Wenn ihr euch daran erinnert, wie man das Ganze ausmultipliziert hat, dann ist tatsächlich die Zahl, die jetzt vor meinem x hoch 2 steht, also in unserem Fall die 2, die bleibt gleich. Egal in welche Richtung ich das rechne, das ist immer gleich. Das heißt, das A hier oben, das ist das gleiche A, wie wir es hier haben. Das heißt, das können wir einfach ablesen, das ist dann die 2. Und damit haben wir dann auch schon alle Informationen. Ich habe das hier euch farbig markiert. Das pinke, das ist praktisch das A, das kann ich einfach vorne ablesen, das ist die Zahl vor dem x hoch 2. Das D ist gerade die 1, also die x-Koordinate des Scheitels und das E, das ist die y-Koordinate des Scheitels und damit bekomme ich dann natürlich hier oben meine alternative Funktionsvorschrift in Scheitelform. Das war der geometrische Weg, also wir fassen nochmal kurz zusammen. Wir möchten den Scheitel haben, das ist das erste Ziel. Damit es einfacher ist, lassen wir die Zahl, die hinten dran addiert wird, also in diesem Fall die 5, lassen wir back. Von dem restlichen Term, da steht jetzt nur noch das x hoch 2 und das x mit drin und die Zahlen davor, das setzen wir 0. Davon möchten wir die Nullstellen haben, die rechnen wir aus und in der Mitte von diesen beiden Nullstellen ist die x-Koordinate von meinem Scheitel. Die notiere ich mir und setze sie in die ursprüngliche Funktionsvorschrift ein, also da wo der lilanen Pfeil ist. Damit bekomme ich das y und ich habe D und E automatisch bestimmt für meine Scheitelform und das A, das kann ich einfach ablesen und zwar die Zahl von meinem x-Quadrat. Das wäre der geometrische Weg, jetzt wollen wir uns aber auch noch den rechnerischen Weg anschauen. Die rechnerische Version, da spricht man auch von der quadratischen Ergänzung und wichtig dafür, damit wir da irgendwas machen können, ist, dass ihr euch noch mal daran erinnert, was sind denn die ersten beiden binomischen Formeln, weil mit dem Wissen könnt ihr das verwenden, was wir jetzt machen. Also erste binomische Formel a plus b in Klammer zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat und wenn wir haben a minus b hoch 2 in der Klammer, dann ist das a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Also nehmen wir unser Beispiel von gerade eben, auch hier checken wir wieder, kommen wir denn überhaupt wieder beim Gleichen raus, also die Funktionsvorschrift lautet wieder y ist gleich 2x Quadrat minus 4x plus 5. Was ich jetzt als allererstes mache, ist, ich klammere bei dem vorderen Teil, also bei diesen beiden Sachen, da wo das x dabei ist, da klammere ich mal diese 2 vorne aus, weil ich will nicht, dass vor meinem x Quadrat noch was steht, sonst wird es unnötig kompliziert. Das ist der erste Schritt. Dann mache ich folgendes, ich schaue mir mal an, welche binomische Formel, also jeweils hier der rechte Teil, welcher sieht denn dem am ähnlichsten. Und wichtig ist, dass ihr auf das Vorzeichen hier natürlich an dieser Stelle achtet, weil das ist der einzige Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Formel. Und natürlich, in unserem Fall steht da ein Minus, also verwenden wir die zweite binomische Formel. Da können wir uns schon mal die Informationen, die wir jetzt haben, aufschreiben. Wichtig, wir verwenden nur das, was jetzt rot unterstrichen ist. Das heißt, wir können einfach mal rechts davon den Teil hinschreiben, also sagen, da wo eigentlich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat stünde, da steht jetzt x Quadrat minus 2x. Jetzt wollen wir uns logisch überlegen, wie füllen wir das Ganze auf. Wir haben einmal diesen Teil hier, das müsste a Quadrat sein, also da steht keine Zahl davor, beziehungsweise wir können uns die 1 denken, also können wir uns schon mal überlegen, a wird vermutlich x sein. Also ein x, weil a Quadrat wäre dann wieder x Quadrat. Die zweite Komponente, die wir haben, mit der wir logisch überlegen können, ist das da. Wir haben minus 2x, wir wissen, das ist minus 2ab. Da a 1 ist, wissen wir, damit wir auf minus 2 kommen, muss natürlich b auch 1 sein. Und damit können wir dann auch alles weitere ausfüllen, weil natürlich 1 im Quadrat ist wiederum 1 und dann können wir die binomische Formel so ergänzen, deshalb auch quadratische Ergänzung, so dass wir in der Klammer stehen haben, x minus 1 hoch 2 ist gleich 1x hoch 2 minus 2x plus 1. Ich habe euch das nochmal farbig markiert, wenn ihr genau nachvollziehen möchtet, was da jetzt eigentlich passiert ist. Jetzt im letzten Schritt ist die Frage, ja, und was bringt mir das jetzt, um auf die Scheitelform zu kommen? What the hell? Also dafür machen wir jetzt folgendes. Wir setzen jetzt an der Stelle, wo das rote stand, diese Klammer ein. Wichtig ist aber, ihr seht ja schon, oben das rot unterstrichene ist ja nur x Quadrat minus 2x. Und wir setzen da jetzt aber diese Klammer mit dem Quadrat ein und ihr seht jetzt schon, das ist grün markiert, da hinten diese plus 1, die haben wir jetzt einfach hinzugefügt. Also das, was wir eingesetzt haben, das ist jetzt nicht genau das gleiche, was vorher da stand. Also mathematisch nicht richtig. Das heißt, wir müssen jetzt anpassen. Also, wir setzen diese Klammer ein und überlegen uns dann, was muss ich denn jetzt am Ende wieder abziehen, damit es noch das Richtige ist. Und dafür ist ganz wichtig, dass ihr euch einmal an dieser Stelle eben überlegt, okay, welche Zahl kommt denn hinten dazu? Also das b Quadrat müsst ihr euch anschauen. Und dann müsst ihr gucken, okay, mit welcher Zahl würde ich das denn hier vorne multiplizieren? In unserem Fall ist es die 2. Und diese 2 mal diese überflüssige 1 ergibt ja 2. Also muss ich 2 wieder abziehen und deshalb muss ich hier eine minus 2 hinschreiben, damit diese Zeile und diese Zeile immer noch gleich viel sind. Und der nächste Schritt ist jetzt natürlich, das Ganze aufzulösen, weil wir haben ja hier hinten noch die minus 2 und die plus 5 und das ist ja nicht unbedingt eine Scheitelform. Die Scheitelform hat ja nur ein e und nicht 2, die hinten dran stehen. Also rechne ich minus 2 plus 5 und erhalte zweimal die Klammer aus x minus 1 hoch 2 plus 3. Und das ist genau die Scheitelform, mit der wir am Anfang auch angefangen haben. Und hier können wir wieder unseren Scheitel ablesen mit 1, 3 und wir erhalten genau das gleiche Ergebnis wie beim geometrischen Weg. Ich würde euch empfehlen, versucht einfach mal das zu üben. Rechnet sowohl von der Scheitelform mal zum Polynom hin und guckt, ob das noch richtig klappt, dass ihr die binomischen Formeln noch drin habt und da keine Leichtzinsfehler macht. Und übt genauso den Rückweg ein paar Mal. Macht am besten jede Version so 2-3 Mal und guckt dann mal, was euch besser gefällt, welcher Rechenweg. Ob es euch besser gefällt, es über die Nullstellen zu machen oder über dieses logische Erkennen, okay, was liegt denn da eigentlich vor von meiner binomischen Formel und wie kann ich mir das Ganze zu Nutzen machen. Schlussendlich ist es wichtig, ihr solltet auf jeden Fall den geometrischen Weg können. Das ist Pflicht. Ihr braucht den nicht immer, aber es kann durchaus mal sein, damit kann man vielleicht die ein oder andere schöne Textaufgabe basteln. Daher ist es wichtig, dass ihr das könnt. Allerdings gibt es sicherlich auch genug Aufgaben, wo die quadratische Ergänzung, wenn man die gut kann, einfach viel schneller geht und ihr euch da wirklich Zeit spart. Das soll es dann also gewesen sein zu den Umformungen zwischen den verschiedenen Funktionsvorschriften. Ich hoffe, das hat euch geholfen, ihr könnt es nachvollziehen. Hier, das ist wichtig, das ist ein Thema, das hat ganz viel mit Übungen zu tun. Das heißt, nur weil ihr es verstanden habt, heißt doch eigentlich nicht, dass ihr das richtig macht, sondern dass ihr wahrscheinlich ganz viele schöne Rechenfehler macht. Also übt es einfach und dann sollte dabei auch nichts schief gehen.